ja eine weitere folge pixelmon die fünfte und heute heißt es battle time mehr denn denn der ich würde sagen Bord Bieren was sie gut das hat sie sehen Lückel die Nürburgrin zu anschauen der Kanzel und egal die ist eine gute Stelle ja warte so ich fang mit diesem Jahr und ich habe mich nicht mehr doch keiner was ist für uns los ja ich denke wir gehen das für mich jetzt hier ist das für ein leben über 22 ja ich habe den schwarzen screen ja ich bin gestorben warum habe ich schon wieder das schwarzen screen ich auch so gott dort werden recht verdammt ja ich glaube ich gewinne doch noch ja 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 hoch ist der liefer ist ja das habe ich auch gelernt aber ja anstelle von smokescreen das ist nein es ist allein und 20 um eine wunderschöne meine wunderschöne feit ist schon vorüber sind es was zu tun ich brauche abbrechen für mich ist er aber es macht immer für sich der mensch Nein, kämpfst du gegen den Trainer? Ja. Oh, du Pisser. Wollte ich jetzt auch. Komm, versuchen wir uns im Glück, würde ich sagen. Scheiß drauf. Nein, ich bin so dumm. Ja. Warum habe ich schon wieder einen schwarzen Screamer? Ja. Nice. Komm schon, bitte. Ja. Er bringt mich nach oben. Ja. Ich könnte dich nach oben. Mein Terminien hat volle Störungen. Nein. Okay. Siehst du auf uns? Nochmal. Was ist denn? Nichts. Wie läuft dein Kampf? Super. Bis zum Gewinn? Wie viele Pokémon hatte? Marvin? Das ist jetzt ein Pietus. Okay. Und der bringt mich jetzt wahrscheinlich mit mir. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Ja, es sind sechs Pokémon. Pokémon, ich habe keine Chance mehr. Leck mich doch. Okay, ja. Ich bin so gut wie tot. Nein. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut. Oh mein Gott. Nice. Ich würde trotzdem die Pokémon heimgehen. Mein Terminien ist jetzt Level 25. Besser. Ha 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 Battle time Alter, da bin ich dran Lachst du's? Ne, bis jetzt nicht Warte Ne, im Grundsatz, gut Ja Ich hab Level 42 Pokémon gefangen Was? Lairon Level 42 Oh mein Gott Ja Verdammt Das ist das dritte Mal, dass ich jetzt Am Stück gegen das angetreten bin Es war nur mein Ziel es zu fangen Ultraball Ja Geil Wollen wir kämpfen? Ja, klar Alter Boah, das war, das war Glück Wow Wenn meine Eltern jetzt mich gewöhnt haben, dann denkt sie sich Okay, was ist der für Störung Boah, alter, geile Sache, man Verdammt Ui Boah, drei Mal Na ja Steel Rock Ich hab keine Chance mehr, gegen dich Alter Ich weiß du, wie hoch die Pokémon eigentlich versuchen zu fangen Ich bin Ich bin Ich bin Wulpix gegen Wulpix Wulpix Aber Die ganze Zeit sitzt das Wulpix Gluteil Oh, hi Ich bin Ich bin Wulpix Okay, ich bin tot Ja Ja Ich bin tot Ja 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 Da Ja Ja Sind Du N� Ja Seic Ja 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 es aufgewachsen halbes Leben gleich weg dass das Pokémon die Summe mit dem Level 42 in den 29 das war irgendwie klar ja Sand Slash ist das gut? keine Ahnung ich bringe es jetzt so um scheiß drauf ich will eigentlich nicht wirst du kämpfen was haben wir hier der will magma das magma hat mich angegriffen aber ich brauche das magma nicht ist ja 29 ist ja auch eine feuer walter ich muss gerade mit meinem level 21 weg weißt du mit dragon rage tot 20 20 die genutzt hat sens schulmann die und nicht mit ihm mit dem Wohlpix für nicht der Ausstattung auch sehr glückwürdig sind und hier mein Wohlfix ist jetzt ein Tod das heißt ein Wohlfix ist der aufgepasst und er wird Dragon Rage 1 Hit Dragon Rage ist geil Wie bist du jetzt hin? Ich hätte gerne mal das Graveler gehabt Level 33 Aber jetzt könnte ich ja Was? 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 Oh mein Gott. Dude. Was? Oh mein Gott. Was? Das war wichtig. Das war der Null für dich. Jeans. Ich bin einer sehr glänzender Grecke und so war es so ein Danke. Auf dem Fall war es gut. Du schaust die Begriffe. Du hast die Begriffe. 2 die auch das ist das ist ist bis jetzt in den und die Beere so er bekommt und nicht das ist 34 spannende Kampfer sie sich schon da mehr sich so ist er gut hinfeuern das sind die entwicklung von einem und die knapp und dessen Fall dieser Schädel ist von seiner verstorbenen Mutter der Klinik weil er genau geht dass uns jetzt kämpft um da war ich schlafe verdammt dann schiebt die Puffler 18 war auch und da ich hab nicht gemacht was das ist jetzt und den Fall nein ja ich hab den 8-30er gefangen dafür in der Halter ja ist das wollte ich auch auch da wird der Wald der Wald die brennt 9 bis nicht erforschen nein schau da brennt alles Wurzeln aus wegen dem Lava aber okay das sind die Folge ist vorüber das ist doch gesendet so ein unser Zuhause er kann man nicht diejenigen das ist okay dann wie nehmen zu schlafen ich will mich noch schlafen und die Nein, es ist schon wieder Sonntagabend. Also, ich liebe den Sonntag. Ja, ich hasse Montage. Montag ist der Tag mit den meisten Berufsunfällen. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Ehrlich? Ja. Wow. Es hätte auch Freitag sein können. Kommst du noch? Ja, warte. Okay. Ich warte. Und ich warte. Und ich warte. Okay, kann man. Ich will jetzt noch, dass ich raus bin, wirst du. Deine kann sich nicht zuerst ins Bett legen. Also, lass ihn schlafen. Und ich warte. Und ich will sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Pixelmon. Bye. Ich habe vier Pokémons. Ja. Uh, ich habe schön. Sorry. Wirklich? Ja. Ich habe die Stärkeren. Ho, ho, ho. Okay. Bis dann. Okay, genau. Bis dann. Tschüss.